Herzlich Willkommen zu diesem kurzen Film. In den nächsten paar Minuten stelle ich Ihnen die Highlights aus der neuen Edom-Foto-Version 2023 vor. Neu bietet uns Alplan 2023 die Möglichkeit, dass wir einen Bildausschnitt festlegen können, welchen wir als entsiertes Bild an Alplan übertragen wollen. Zusätzlich haben wir eine Optimierung erhalten für Fotoaufnahmen mit starker perspektivischer Verzerrung. Des Weiteres gibt es die Möglichkeit, dass Fotos, welche Fluchtpunkte nahe oder außerhalb des Bildrandes haben, dass auch diese korrekt entzerrt und an Alplan übertragen werden können. Zuletzt bietet uns noch der Experte die Möglichkeit, dass wir wählen können, ob wir das ganze Bild übertragen wollen oder nur den gewählten Ausschnitt. Je nach Projektart oder Projektgröße eignet sich neben der Fotogromometrie auch die Verarbeitung von Drohnendaten oder Punktwolken aus Laserscans. Mehr dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Wir haben hier ein aktuelles Beispiel von einem Schulgebäude. Sehen schon an diesem Bild, der Fluchtpunkt, der liegt sehr, sehr weit rechts aussen und die perspektivische Verzerrung ist schon relativ groß in diesem Bild. Idealerweise wäre der Kameraaufnahmepunkt anders gewählt worden, sprich, dass wir gerade vor der Fassade stehen. Ich habe die ersten Schritte in Edom Foto bereits gemacht und wir sehen hier die neue Möglichkeit, wo wir den Ausschnitt im Bild auswählen können. Rechts aussen sehen Sie ihn ausserhalb des Bildes liegenden Fluchtpunkt und durch die Wahl des Bildausschnitts, den wir übergeben wollen, können wir so nun weitere Fehler vermeiden. Nun wird die Bildentzerung gemacht und wir sehen auch hier nochmals den gewählten Ausschnitt. Hier können wir wählen, ob wir das gesamte Bild übertragen wollen oder nur die Auswahl. Sie haben hier die bekannten Möglichkeiten, dass wir direkt in den Alplan übertragen können, das Ganze als Datei abspeichern wollen und wir können hier das Teilbild wählen, auf welches wir das in Alplan übertragen wollen. Durch Klick ist das erledigt und schon wird das entzerrte Bild an Alplan übergeben. Wir können hier noch den Dialog mit OK bestätigen und Edom Foto beenden. Das entzerrte Fassadenbild können wir nun für klassische Arbeitsschritte nutzen, wie zum Beispiel die Vektorisierung unserer Fassade. Hier noch ein weiterer möglicher Workflow. Ich habe mir die 2D-Fassaden in 3D-Linien gewandelt und wir gehen mal hin und schauen uns mal an, wie man diese in 3D generieren könnte. Sie sehen, ich habe hier schon einige 3D-Bauteile aufgezeichnet, der Fassade, und wir können hier so in klassischer Boxmodelling-Arbeitsmethode über das 3D-Modellieren von Alplan die Fassaden und bequem in 3D aufmodellieren. Ich kann hier gewisse Teile zum Beispiel kopieren und spiegeln oder mit der Drücken-Zielen-Funktion, dem sogenannten Extrusionen-Alplan, auch Teile einer Tiefe geben. Sie sehen, das ist sehr, sehr einfach und Ihnen stehen hier alle Modellierfunktionen in Alplan zur Verfügung. Mit der gezeigten Arbeitstechnik können Sie so in relativ kurzer Zeit ganze Gebäudekomplexe spielerisch einfach aufmodellieren. Sie sehen hier das ganze Gebäude, was wir vorher ansatzweise gesehen haben. Ich hoffe, die neuen Funktionalitäten in Edom Photo 2023 gefallen auch Ihnen und Sie können diese beim nächsten Projekt erfolgreich einsetzen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Ihr Osleufen!